Ein freundlicher Zuseher hat mir dieses EDC-Teil hier geschickt. Das gibt es auf AliExpress, auf Amazon, auf Wish und wie die ganzen Plattformen auch alle heißen mögen. Er ist ganz begeistert davon, aber meine Meinung ist zwiespältig. Wenn du wissen willst, wieso und weshalb und sowieso und überhaupt, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Dankeschön für das nette Geschenk und auch den Hinweis, wo es das gibt, auf Alibaba bzw. eben auf Amazon. Die Idee dahinter ist, ein EDC-Teil, also ein Every Day Carry Teil mit dabei zu haben, mit dem man einerseits ein bisschen was aufbrechen kann. Ich weiß nicht, ob der Hebel da genug ist, aber für eine Farbdose den Deckel aufzubrechen, aufzumachen, ja warum nicht. Dann ein Flaschenöffner, der ja ganz häufig zu finden ist. Es ist dann ein Lineal mit dabei und das ist der Punkt hier, hast du einen Bit, das ist so ein kleines Kunststoffteilchen. Schau mal her, so ein Kunststoffteilchen. Ja, da sitzt der Bit drin und das wird hier in diesem, ja, wie nennt man das, Mutternaufschraubelementen, die hier mit dabei sind, das ist, ich lese es vor, 14er, ein 13er, ein 11er, ein 9er, ein 8er, ja, für diese Mutternaufmachen, boah, damit mir das jetzt einfällt, hat so eine Inbusform, ja, wurscht, du weißt, was ich meine damit. Und dann eben hier eine kleine Ausbuchtung, hier an der Stelle und da kannst du den Bit einsetzen. Der geht komplett durch, das bedeutet, du musst, wenn du jetzt schrauben willst, hier Gegendruck halten und dann kannst du schrauben, ja, weil der sonst oben rausfährt. Aber das ist halt jetzt ganz einfach so und soll so sein. Gut, wenn du das dann nicht mehr brauchst, du kannst natürlich auch einen anderen Bit einsetzen, das ist standardmäßig, glaube ich zumindest, was ich gesehen habe, auf die Schnelle. Auf Amazon, billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link auf Amazon und auch in meinen Shop, ja, da gibt es auch so ein paar EDC-Teile, aber egal. Ich nehme jetzt hier mal einen anderen Bit her, aus diesem Satz hier, das ist auch, das ist ein Inbus und du setzt das ganze Teil dann hier ein. Das klingt auch grundsätzlich praktisch, da wäre dann auch ein Schlüsselanhänger-Teil mit dabei, was ich definitiv nicht empfehlen kann, weil, und das ist der Punkt, das hier, das wackelt ganz leicht, also das ist, da braucht es nicht viel und das Ding fällt raus. Das bedeutet, das gehört eigentlich in eine kleine Hülle mit hinein oder in irgendeine Tasche, das hier ist die EDC von Sesmen & Zeiger, die gibt es natürlich auch bei mir im Shop, das ist klar. Das heißt, du gibst das irgendwo hinein in eine Tasche und dann ist es gut, also am Schlüsselanhänger ist es nichts. Gut, aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist alles gut und schön und ich habe da auch nichts dagegen, ich stelle mir aber eine Frage bei dem Teil. Es ist relativ schwer, es ist wirklich relativ schwer, ich meine, es ist Stahl, voll Stahl. Gut, und ich habe nur einen Bit, den ich mitnehmen kann. Das heißt, ich muss mich entscheiden, ich muss sagen, du, ich weiß schon, dass ich in einer Woche oder wann auch immer genau so einen Bit brauchen werde. So, jetzt muss ich jetzt da wieder rein, frimmeln, ja. Ein Schlitz ist okay, aber es muss ein relativ breiter Schlitz sein, das ist schwierig. Meiner Meinung nach ist das Gewicht, das du hier mitnimmst, zu dem Nutzen, den du daraus ziehen kannst, sehr, sehr eng, wirklich sehr eng. Meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Und ich komme jetzt auch dazu, schau mal her, ich habe jetzt ein paar andere Sachen hier mitgebracht. Es gibt von Leatherman dieses Teil hier, ja. Da ist jetzt kein Bit-Halter mit dabei, ist schon klar, aber das sind jetzt unterschiedliche Bits. Wenn ich das miteinander vergleiche, ist das Leatherman-Teil, billige Eigenwerber, ich gebe da natürlich den Link, leichter. Ja, das heißt, ich habe hier mehr Bits, ja, aber ich kann nichts aufbrechen, soll so sein, und ich kann keine Flasche öffnen, soll auch so sein. Aber ich habe mehr Flexibilität. Gut, 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 kann alles so sein, ist super wunderbar. Dann habe ich hier ein Teil, ja, das war einmal bei einem ganz so Multitool mit dabei, also auch vorgestellt habe. Das hier, das ist schwerer, das ist wirklich schwerer als das hier, das merke ich wahrscheinlich das Doppelte, das müsst ihr jetzt abwägen, aber es ist wurscht, es ist langweilig, das zu tun, ja. Es ist schwerer, aber da sage ich zumindest, okay, ich habe einen ganzen brauchbaren Bits-Satz mit dabei, kann den auch auswechseln und habe dann auch einen richtigen Bit-Halter mit dabei, den ihr auf das eine oder andere Tool aufsetzen kann. Und wenn ich jetzt sage, okay, bitte halt der Pfeife, ich will nur die Bits nehmen, dann wird es auch schon, dann kommen wir schon wieder hin, also, ah, daher bin ich auch flexibler. Und wenn du sagst, ich brauche die absolute Flexibilität, dann kauf dir von Makita das hier. Das kann man auch in eine Tasche mit reingeben und da hast du einfach alles. Okay, gut, du brauchst dann vielleicht noch einen Akkuschrauber oder irgendwas anderes, um das aufzusetzen, aber mit dem hier ist auch nicht lustig arbeiten. Wenn du aber sagst, gut, so professionell will ich gar nicht werden, das will ich eigentlich gar nicht, ich will nur ein Tool, mit dem ich viel tun kann, dann hängt es davon ab, was du erwartest, aber dann kauft er entweder ein Multitool von Victorinox, gibt es coole Sachen, auch billige Eigenwerbung bei mir in den Shop, logischerweise, oder von Leatherman, ja, da gebe ich dir einen Link auf Amazon, die haben wir nicht im Sortiment, die beliefern mich nicht. Du bist besser bedient. Wirklich, du bist besser bedient. Und Hand aufs Herz. Ich habe mir jetzt den Victorinox rausgesucht, das vom Gewicht her so gut wie ident ist. Das ist sogar noch ein bisschen schwerer, aber sei es drum. Aber pass auf, ich glaube, das ist der... Nein, das ist nicht der Rambler. Fällt mir jetzt nicht ein, ich glaube, das ist der Mini-Work-Champ. Da habe ich am Messer, da habe ich was zum Abfeilen mit der Buffy den Nägel, ich habe alles. Ich habe einen Coolie mit dabei. Ich habe auch, und das ist jetzt auch der Punkt, damit ich es rauskriege, so, hier, einen Kreuz mit dabei. Der ist nicht so groß wie dieser hier, aber Hand aufs Herz. Ich stehe dazu und ich sage das jetzt so. Dieses Tool hier ist von der Idee her lieb und gut und ihr habt da auch überhaupt nichts dagegen. Und wenn du das genial findest und es genau für deinen Everyday-Cary-Alltag passt, dann kauft er sicher genug. Nur für mich ist das nichts. Für mich wäre es nichts und vielleicht ist es für die meisten da draußen auch nichts, weil es einfach zu schwer ist mit zu wenig Funktionalität. Die bessere Variante oder die bessere Variante oder die bessere Variante, bessere Variante, bessere Variante oder was auch immer. Also für mich ist es nichts. Das bedeutet jetzt, ich habe jetzt etwas geschenkt bekommen, wo ich keine Freude damit habe. Also ich habe die Freude damit, dass du es mir geschenkt hast und das finde ich großartig und da mag ich mich bedanken und das ist super und wunderbar. Aber ich werde jemanden finden oder ich gebe es in meine Multitool-Sammlung. Ich habe eine Multitool-Sammlung und das hat auch einen Grund, da werde ich noch dazukommen in einem anderen Video. Da werde ich es dazugeben und irgendwann wird es einmal verlost werden. Das war's. Was ist denn deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Wie siehst du das? Schreib mir einen Kommentar, da würde ich mich irrsinnig freuen. Unter Daumen nach oben oder nach unten, ist auch cool. Komm mal in meinen Shop vorbei. Schaut dich um. Vielleicht findest du etwas, was du cool findest. Das wäre schön. Billige Eigenwerbung. Weil du Labatee. Da kannst du deine Ausrüstung auch einmal so richtig rannehmen und ausprobieren. Abo dalassen. Ein paar andere Videos. Danke noch einmal. Dein Rainer Rossmann und ciao ciao.